Seht mal, wer da ist. Jetzt hatte ich viele neue Freunde. Komm mal hier. Na, macht das Spaß, Bella? Mit Drew unternahm ich Spritztouren in seinem kleinen Auto. Bella. Mäulchen auf. Steve hatte wirklich echt leckere Löffel. Aber am liebsten spielten meine Freunde Dr. Gann. Dr. Gann. Dr. Gann. Bella, schnell. Dr. Gann. Dr. Gann. Gut. Dr. Gann, los, da rein. Dr. Gann. Soll ich Ihnen helfen? Nein. Nein, danke. Danke. Oh, langsam, bloß keine Hektik. Danke. Okay. Sehr schön. Guten Morgen. Morgen, Doc. Morgen, Herrschaften. Morgen, Dr. Gann. Morgen, Doc. Morgen. Es geht, Doc. Okay. Fühlen sich alle wohl? Schön. Wiedersehen, Doc. Komm raus, Sisse. Okay, gut. Gleich nochmal.